So, Nico, lies bitte den Text auf der linken Seite. Fast alle anderen Tiere mögen sie nicht. Sehr gut. Fast alle anderen Tiere mögen sie nicht. Das war richtig. Ah, ich könnte sie auffressen, meinte das Nilpferd. Hier ist gleich bei meint kein E dran. Meint. Ah, ich könnte sie auffressen, meint das Nilpferd. Das kommt mir dran an. Und zu Hause das Lesen weiter üben. Für heute machen wir Schluss.